Das war's für heute. Komm aufs Trottkorn! Jetzt aufs Trottkorn! Jetzt! Die waren ganz so weit weg. Hey, mein Gott! Was? Ja. Seh zu! Sind dann alle WVC-Leute schon vorbei? Sind viele vorbei, ja. Hey, da kommt der. Kommt doch einer, der ist noch nicht mehr. Der ist noch nicht mehr so schwierig, das ist noch nicht mehr. Das ist noch nicht mehr so vor. Hans-Peter kommt. Hier ist noch mal wer vom WVC, da passt man doch mal drauf. Ich krieg hier keinen Ton raus, es geht nicht. Noch wer vom WVC? Oh, kann man auch schon? Na, die wollen doch nicht schon Dobi abholen. Besenwagen. Ja. Das war's. So, wieviel Uhr war ich jetzt? Na, also los geht's. Dobi ist schon drin. Das war's.